Und eins, und zwei, 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 und zwei, und zwei, und zwei. Ein toller Blattkran, den Archibald da gebaut hat. Jaja, doch sind wir nicht oben. Und eins. Oh! Da klebt was! Ich brauche Hilfe. Alleine schaffe ich das nicht. Da oben, äh, das ist ein bisschen hoch. Archimald, sag mal, wo hast du das denn eigentlich gelernt? Da unten hockt einer drin? Das glaube ich nicht. Vorhin war er noch da. Jetzt pass mal gut auf, Ben. Hey, gefangen. Jetzt ich. Leine frei. Es kann weitergehen. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Hier oben sind die Eier sicher. Maja, das war eine sehr gute Idee von dir. Ähm, ja, aber Archibald? Tja, Archibald hat ohne meine Erlaubnis dieses Baumhaus gebaut und dafür seinen Dienst in der Truppe vergessen. Tja, er hat seine Zeit schon immer für nutzlose Dinge verschwendet. Wie dieses merkwürdige Ding da, Maja. Was ist das überhaupt? Das ist ein, äh, aus klein macht groß. Willst du auch mal durchgucken? Ja, jetzt macht Spaß. Ja, toll. Ich staub euch alle. Ben, lauf doch weg. Willi? Ja. Ich habe Willi geblendet mit Archibalds Erfindung und dem Sonnenlicht. Vielleicht können wir den Löwen so vertreiben. Archibald, du kannst das besser als ich. Er muss sich umdrehen. Ben, bitte, lass mal liegen. Zeig uns dein Gesicht. Na, bitte, er kehrt um, er haut ab. Los, weg hier. Oh, oh. Oh, oh.